Der Londoner Notting Hill Karneval ist eine der größten Straßenpartys Europas. In diesem Jahr hielten die Besucher der Veranstaltung für eine Schweigeminute inne. Sie gedachten der 80 Menschen, die im Juni bei dem verheerenden Brand im Grenfell Tower ums Leben gekommen waren. Neben der Trauer um die Opfer ist der Ärger über das Krisenmanagement der lokalen Behörden und der Regierung bei den Anwesenden deutlich spürbar. An diesem Karnevalswochenende haben wir versprochen, unsere Bemühungen für diese Gemeinde zu verdoppeln. Wir sind in Gedanken und mit unseren Gebeten bei all denjenigen, die von dieser schrecklichen Tragödie betroffen sind. Der Notting Hill Karneval in London ist ein buntes Volksfest mit Musik und Tanz. Seine Ursprünge gehen auf den karibischen Karneval in Trinidad zurück. Die Feier wurde dort zum Gedenken an die Befreiung von der Sklaverei begangen. Doch in diesem Jahr steht der Karneval ganz im Zeichen der Tragödie des Grenfell Towers. Untertitelung des ZDF für funk, 2017